Hinnags Frau, die will sich chainladen. Hinnag, die nimmt sich natürlichen Anwalt. Und die hört sich arztgenau an und mehnt entern Schluss. Eine Sache noch, Herr Johansen. Ihre Frau gibt an, dass sie ihr in den letzten zwei Jahren ihrer Ehe nicht einmal einen Kuss gegeben haben. Dann noch mal taue ich mir den Kinner ab. Wo kann ich denn obwerden, dass meine Frau das mit sowas so ähnlich hat? Vielen Dank. Vielen Dank.